Deutsch als Fremdsprache Begrüßung, Vorstellung, Fragen nach dem Befinden und Verabschiedung Begrüßungen Guten Morgen Guten Tag Guten Abend Guten Abend Guten Abend Hallo Hi Vorstellung Ich bin Maria. Ich heiße Maria. Mein Name ist Maria. Wer bist du? Wie heißt du? Wie ist dein Name? Begrüßung und Vorstellung Hi, ich bin Maria. Wer bist du? Hi, ich bin Tom. Hallo, ich heiße Maria. Wie heißt du? Hallo, ich heiße Tom. Hallo, mein Name ist Maria. Wie ist dein Name? Hallo, mein Name ist Tom. Begrüßung und Vorstellung formell Guten Tag, wie heißen Sie? Guten Tag, ich heiße Karl Schneider. Nett, Sie kennenzulernen, Herr Schneider. Guten Abend, wie ist Ihr Name? Guten Abend, mein Name ist Maja. Herzlich willkommen, Frau Maja. Frage nach dem Befinden Wie geht es dir? Wie geht's? Wie geht es Ihnen? Wie geht's? Wie geht's? Fragen nach dem Befinden und Antworten Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Wie geht's? Ganz gut. Und selbst? Mir geht es super. Fragen nach dem Befinden und Antworten Formell. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut. Vielen Dank. Das freut mich. Verabschiedung Verabschiedung Tschüss Tschau Bis später Bis morgen Bis dann Bis bald Mach's gut Auf Wiedersehen Tschüss Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann